Hey Leute, ich habe gerade 2,30 Euro ausgegeben. Dafür, dass ich 80 Gems hatte. Vorher hatte ich 50. Und jetzt holen wir uns die neuen Skins. Das ist richtig nice. Und da sind sie auch schon, Leute. Ja, geil. Erstmal der Jessie-Skin. Und dann noch der High-Skin von Burg. Und die haben ja auch beide neue Animationen. Deswegen wurden die in den Shop gestellt. Und jetzt haben wir die beiden. Wir probieren direkt mal den von Burg aus. Richtig cool. Leute. Puh. Richtig coole Animationen. Und wie der so diese Aale schießt. Das ist richtig krass. Okay. Pro Buzzy oder so. Pro Buzzy. Keine Ahnung. Der wird gleich verkacken. Richtig coole Skin. Richtig coole Skin. Ich sollte lieber ziehen. Oh, oh. Oh, oh. Das war schon Showdown. Ich habe ja nichts gemerkt. Ich habe ja nichts gemerkt. Ich habe ja nichts gemerkt wegen diesen coolen Boxen. Und jetzt probieren wir auch nochmal Jessie aus. Chelsea da. Auch richtig cool gemacht, dass sie einfach so Wasserbälle schießt. hier. Die Animation ist richtig cool. Ich habe mir die auch nur geholt wegen den Animationen, weil die neue Dings so cool aussehen. Ich mag es gerne, wenn man schießt und das verändert wird, wenn der Schuss verändert wird, das liebe ich ja. Und deswegen habe ich mir das geholt, Leute. Einfach richtig cool aus. Da sehen wir unser Geschwitz. Ja, ja, stimmt. So wie immer. Ups. Ja, mit Jessie kann ich nicht so gut spielen. Ihr kennt es, Leute. Und ja, wir spielen noch eins. Eine Runde mit Burg. Schreibt in die Kommentare, welchen Skin ihr cooler findet. Entweder. Warte. Entweder. Diesen Skin. oder. Diesen. Schreibt es in die Kommentare. Den von Jessie oder den von Burg. Also ich finde den von Burg besser. auch den Schuss. Und wir spielen noch eine Runde mit ihm. Und wir spielen noch eine Runde mit ihm. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Haben wir? Ja, weißt du, nur weil du nicht den Burkskin hast. Nein, weil ich besser bin. Alles gut, Leute. Die Animation ist richtig cool. Nein, die Ulti war voll blöd. Okay. Einfach richtig nice. Diese Zitterahle oder keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht das richtig cool aus. Danke, Supercell, dass du das in dem coolen Update hinzugefügt hast. Ah. Ah. Und jetzt wieder hier. Und jetzt wieder hier. Und jetzt wieder auf den Bus kommen.